Wie dieses Buch funktioniert Viele Ratgeberbücher, insbesondere die amerikanischen, sind um ein einziges Konzept herum aufgebaut. Der Autor hat eine einzige Methode oder Idee und beschreibt diese ausführlichst anhand zahlreicher Beispiele. Ich bin nicht grundsätzlich gegen diese Art der Wissensvermittlung, denn sie hat einen großen Vorteil. Das Gehirn lernt durch Wiederholung. Wenn uns die gleiche Idee immer wieder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vorgesetzt wird, dann können wir gar nicht anders, als diese Idee gut vernetzt in unserem Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Allein durch das Lesen oder Hören des Buches wird die Idee zu einem dauerhaften Teil von uns, ohne dass wir aktiv daran arbeiten müssten, sie uns einzuprägen. Dieses Hörbuch dreht sich nicht um eine einzige Idee. Die Themen Fokus und Konzentration eignen sich nicht dafür. Wer seinen Fokus und seine Konzentrationsfähigkeit auf Vordermann bringen möchte, muss an vielen verschiedenen Rädchen drehen und ganz unterschiedliche Hebel in Bewegung setzen. Es gibt nicht den einen Weg zum Erfolg. Dieses Hörbuch wirkt auf verschiedene Art und Weise. Auf welchen sechs Wegen sich sowohl dein Fokus als auch deine Konzentrationsfähigkeit durch dieses Hörbuch verbessern werden, möchte ich dir im Folgenden erklären. 1. Wissen wird dein Bewusstsein schärfen Das in allen Kapiteln dieses Buches vermittelte Hintergrundwissen zu den Themen Fokus und Konzentration wird dein Bewusstsein schärfen. Dir werden in deinem Alltag Zusammenhänge auffallen, die dir bislang verborgen waren. Allein durch die Erkenntnisse, die du selbst gewinnen wirst, wird sich dein Verhalten ganz automatisch in eine Richtung verändern, die Fokus und Konzentration fördert. Wahrscheinlich werden das am Anfang keine großen Sprünge sein, Ein paar Kleinigkeiten hier und dort werden über längere Zeiträume hinweg dennoch eine große Wirkung entfalten, insbesondere wenn noch die anderen Wirkmechanismen hinzukommen. Seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige, sehe ich mich und die Welt mit anderen Augen. Meine Verhaltens- und Denkweisen haben sich verändert, wodurch auch mein Fokus und meine Konzentrationsfähigkeit besser geworden sind. 2. Du wirst weniger abgelenkt sein Du wirst lernen, die inneren und äußeren Ablenkungen auf eine intelligente Art zu reduzieren. Viele der täglichen Ablenkungen entstehen spontan in unserem eigenen Kopf. Wir lenken uns selbst ab. Mit diesen Störungen umzugehen ist nicht leicht, denn man kann sein Gehirn nicht einfach in eine Schublade verbannen, so wie man das mit dem ganzen ablenkenden Kram tun würde, der den Schreibtisch blockiert. Und was die äußeren Ablenkungen angeht, kommt erschwerend hinzu, dass das Gehirn eine gewisse Menge an Ablenkungen sogar braucht, beziehungsweise erwartet. Ganz ohne äußere Reize erfindet das Gehirn einfach selbst welche. Es halluziniert. Der Königsweg zu mehr Fokus und Konzentration besteht daher darin, ablenkende Reize durch Reize zu ersetzen, die Fokus und Konzentration fördern. Dem Thema Ablenkungen ist ein großes Kapitel in diesem Hörbuch gewidmet. Wer es schafft, nur die größten Ablenkungen zu entschärfen, ist schon fast am Ziel. 3. Du wirst einen stärkeren Willen haben Willenskraft ist immer dann erforderlich, wenn wir uns auf Pflichten konzentrieren müssen, die von sich aus wenig motivierend sind. Büroangestellte, Schüler und Studenten kennen diese Herausforderung. Man muss seinen Willen anstrengen, um sich einer unattraktiven Aufgabe zuzuwenden. Und man braucht von Zeit zu Zeit Willenskraft, um an der Aufgabe dran zu bleiben, anstatt sich der erstbesten Ablenkung hinzugeben. Willenskraft wurde in den letzten Jahren intensiv erforscht, mit erstaunlichen Ergebnissen. Ähnlich wie Erfolg im Kampfsport, hat auch ein eiserner Wille sehr viel mehr mit Strategie und Technik als mit Kraft zu tun. Wir wachen jeden Morgen mit einer begrenzten Portion Willenskraft auf, mit der wir klug haushalten müssen. Wer nur auf Kraft setzt, verschwendet seinen Willen, sodass er die letzten Stunden des Tages ohne Willenskraft und damit auch ohne Konzentrationsfähigkeit auskommen muss. Im Kapitel über Willenskraft wirst du lernen, wie du deinen Willen optimal einsetzen und ganz nebenbei trainieren kannst. Auch ohne zeitraubende Übungen. Viertens. Du wirst deine geistige Leistungsfähigkeit fernsteuern können. Das Gehirn bringt alle Voraussetzungen für Fokus und Konzentration von Haus aus mit. Wir können uns gut konzentrieren, aber nicht unter allen Bedingungen. Wie gut man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentrieren kann, hängt von bereits vergangenen Verhalten ab. Und durch unser Verhalten jetzt stellen wir die Weichen für unsere Konzentration in naher Zukunft. Wenn du die Zusammenhänge zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ihren Auswirkungen auf die Stärke deiner zukünftigen Konzentrationsfähigkeit kennst, kannst du deine Konzentrationsfähigkeit aus der Ferne steuern. Die wichtigen Zusammenhänge lernst du in diesem Hörbuch kennen. 5. Du wirst den Weg zu künftiger Dauermotivation kennen Tätigkeiten, die uns motivieren, ziehen unseren Fokus an wie ein Magnet. Unter optimalen Bedingungen können wir uns stundenlang und fast mühelos auf diese Tätigkeiten konzentrieren. Man bezeichnet diesen Zustand als Flow und er ist wissenschaftlich gut untersucht worden. Im Flow-Zustand erreichen wir die besten Ergebnisse und wir fühlen uns dabei so richtig gut. Wer das Zusammenspiel von Motivation und Fokus und Konzentration versteht, kann leicht herausfinden, welche Tätigkeiten seinen Fokus in den nächsten Jahren magisch anziehen werden. Er kann sein Leben so planen, dass es in Zukunft regelmäßig zu Flow-Zuständen kommen wird. Wie du herausfindest, was dich in den nächsten Jahren motivieren wird, erfährst du in diesem Hörbuch. 6. Du wirst Orte erreichen, an die man weder mit Motivation noch mit Willenskraft gelangt. Es gibt Orte, die weder mit Willenskraft noch mit Motivation erreicht werden können. Wer seine Willensenergie tagsüber im Beruf komplett aufbraucht und von Sport nicht intrinsisch motiviert ist, wird es kaum schaffen, nach Feierabend Sport zu treiben. Auch wenn er genau das im Prinzip gerne tun würde. Hier kann nur die Gewohnheit helfen. Wie du ganz einfach dauerhaft neue Gewohnheiten bilden kannst, erfährst du in diesem Hörbuch. Der indirekte Weg zu mehr Zeit und Geld Fokus und Konzentration hängen mit vielen Variablen unseres Lebens zusammen. Zwei besonders wichtige Variablen sind Zeit und Geld. Wenn man Menschen fragt, wovon sie in ihrem Leben gerne mehr hätten, dann lauten die beiden häufigsten Antworten mehr Zeit und Geld. In dieser Reihenfolge. Am liebsten hätte man von beidem mehr. Genau das scheint aber unmöglich zu sein, denn Zeit und Geld scheinen ähnlich wie eine Wippe auf einem Kinderspielplatz zu funktionieren. Wenn das eine Ende der Wippe nach oben geht, dann geht das andere Ende automatisch nach unten. Je mehr man Geld anstrebt, umso weniger Zeit bleibt einem für die anderen Dinge. Und je mehr Freizeit man sich nimmt, umso weniger Geld verdient man. Es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma. Man muss damit aufhören, Zeit und Geld direkt anzustreben. Die Schlüsselfähigkeit, die Zeit und Geld miteinander verbindet, ist Fokus und Konzentration. Um mehr Zeit und Geld gleichzeitig zu bekommen, muss man mehr Fokus und Konzentration anstreben. Zunächst wird man schlicht und einfach mehr Zeit haben, denn wer sich besser fokussieren und konzentrieren kann, der ist mit seinen unangenehmen Aufgaben früher fertig und kann sich den schönen Dingen zuwenden. Zeit ist bekanntlich auch Geld. Man kann die freigewordene Zeit also, zumindest teilweise, in Geld umwandeln. Natürlich wird man nicht jede freie Minute sofort zu Geld machen können. Aber langfristig betrachtet wird ein verbesserter Fokus definitiv auch Auswirkungen auf den Kontostand haben. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Fokus und Konzentration und Glück. Dieser Zusammenhang lässt sich verstehen, wenn man bedenkt, dass wir meist von Negativem abgelenkt werden. Sorgen, Ängste, Leid und Elend. Je fokussierter und konzentrierter wir sind, umso weniger kommt das Negative an uns heran. Es prallt einfach an einer Art Schutzschild ab und kommt somit gar nicht erst in unser Bewusstsein. Bitte verwechsle das nicht mit dem esoterisch angehauchten positiven Denken, das so gerne gepredigt wird. Es geht nicht darum, in allen Dingen, die einem widerfahren, nur noch das Positive zu sehen und das Negative einfach zu ignorieren. Denn es geht vielmehr darum, diejenigen negativen Dinge, die einen überhaupt nicht betreffen, nicht mehr an sich heranzulassen und nach und nach immer mehr positive Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen, an denen man sich erfreuen kann. Bist du bereit, fokussierter und konzentrierter zu werden? Dann lass uns loslegen! Bist du bereit, fokussierter und konzentrierter zu werden? Vielen Dank.